Wenn du bei deiner Frau genauso schlecht triffst, wundert es mich gar nicht, dass deine Söhne Billy Joe ähnliche sehen als dir. Sag mal, worauf zielst du? Auf die Flasche oder auf den Kaktus? Tja, ich würde sagen, der Kaktus ist tot. Hey, bist du verrückt? Was soll das? Ich meine ich!